Ja, hallo meine Freunde, Abonnenten, zufällig Draufklicker und weitere Leute, die dieses Video sehen. Ich möchte mich natürlich am Ende des Jahres 2013 auch nochmal melden von meiner Seite aus. Nicht nur in den kurzen Weihnachtsplätzen, was Martin aufgenommen hat. Das war nämlich Martins Part. Ich bin jetzt für 2013 dran. Ja, ich möchte mich bei euch bedanken für alle, die mir so geholfen haben bei den Let's Plays, die mit mir gespielt haben, die mit mir auch den Stress gehabt haben bei den Let's Plays und weiter. Daran eben bloß Martin. Und ja, ich möchte mich ganz groß, ganz groß, ein ganz großer Stern bei uns, der uns immer geholfen hat. Und ja, ich hoffe, du überlebst das mit uns zusammen, mit mir und Martin. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du für uns da warst und für uns da bist. Wir sind auch immer für dich da, wenn du was brauchst. Für jeden scheiß Let's Plays würden wir mitmachen. Und ja, macht gute Videos. Wenn ihr ihn nicht kennt und bloß mein Video seht, ich schicke euch einen Link. Er macht feine Videos, gute Let's Plays, er hat gute Sprüche drauf. Und ja, hier eben der Link. Dann würde ich mich eben bedanken bei Martin, dass er noch für mich da ist, bei den Let's Plays, bei alles und so, was rund um Spiele da ist. Also, ja, er macht mir jeden Kack mit. Egal, ob er keine Lust hat, macht er, spielt er auch meistens mit und nimmt mit auf. Und ja, dann möchte ich mich noch vom Anfang an des Klares, mit dem ich immer noch Kontakt habe, mein lieben Leto, bedanken. Der für mich auch, sag mal so, wie ein guter Zockkumpel ist. Das ist der, mit dem ich immer noch Kontakt habe, vom alten Clan. Der alte Thumb steht dann nicht mehr, weil private Gründe und die möchte ich jetzt nicht aufzählen. Und ja, dass er halt mit mir immer Spaß macht, falls wir uns mal reden hören und so weiter. Dann natürlich bei meinem lieben neuen Clan. Lass knacken. Ich mache hier einen Link zur Homepage. Alle, die Battlefield spielen und Left 4 Dead spielen und was haben wir noch, Borderlands spielen und so weiter. Kommt, ihr könnt ja mal reinschauen im TS. Auf der Homepage wird alles aufgezählt und da könnt ihr euch mal vorbeischauen, falls ihr Battlefield spielt, könnt ihr mal reingucken. Wir sind alle ganz leide Leute, wir sind super drauf. Wir lieben es, über unseren Schultern zu reden und ja, das ist für mich ein wenig freaky. Aber es ist schon lustig, oder? Und dann, das, ja, was ist, das, ich hoffe euer Weihnachtsmann war schön, fleißig. Ich habe ein PlayStation 3 bekommen. Jetzt habe ich so quasi jede Konsole, eigentlich. Und ja. Also, Fakoy 3, das seht ihr vielleicht an einem Lied, das Fakoy 3 gespielt haben, das ist aber halt aus dem Intro. Und ja, ich fand das ganz cool und jetzt mal ein S-Logo mit rein und ich hoffe, das Lied wird euch auch vielleicht, ja, 2013 ein bisschen helfen. Bei sehnlichen Problemen oder so weiter und so fort. Und ja. Wie gesagt, danke an Planen, dass sie mit uns immer böse machen und auch, weil immer jemand online ist. Und ja. Was erwartet euch 2013 von uns? Ich hoffe überhaupt, dass ihr 2013 noch bei uns seid. Und uns abonniert habt, mit uns die Videos anschaut, unsere Videos anschaut natürlich. Und vielleicht noch ein bisschen so mit der Community uns mal was fragen, ob ihr mal mitmachen könnt oder bei was dabei sein könnt. Ja, wir müssen auch eben schauen, ob wir das Spiel haben. Das wäre jetzt fest, wenn ihr jetzt fragt, ey, könnt ihr mal mit uns Brink spielen? Ich kenne auch von uns halt Brink, obwohl es scheiße alt ist. Und ja. Mir ist halt nicht anders eingefallen. Und das müsst ihr eben mal schauen, was wir so jetzt spielen. Mal nachfragen, was wir für Spieler haben. Schaut mal auf unserem Steam-Profil vorbei. Da haben wir, glaube ich, auch eine kleine Gruppe. Könnt ihr auch beitreten, wenn ihr wollt. Und ja. Der Link hier irgendwo im Bild. Und ja. Ich muss euch so mit bedanken. 2013 werdet ihr halt neue Videos natürlich sehen. Ich werde jetzt auch ein bisschen aktiver werden. Da jetzt eben die letzte Zeit war so stressig. Ich werde die ganzen Weihnachtsgeschenken und Freunde noch ein paar das letzte Mal in diesem Jahr treffen. Und bla und bli und blu und blu. Und ja, da möchte ich mich eben jetzt nochmal so bedanken bei euch allen. Und ja. Wie schon gesagt. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal noch dabei. Wir sind definitiv noch dabei. Wir werden nicht aufhören mit dem ganzen Mist. Und ja. Ich hoffe, ihr werdet noch dabei sein. Und ich habe mich schon wieder wiederholt. Aber egal. Und ja. Ich hoffe, ihr rutscht abend gut rein. Ich hoffe, ihr bildet auch schön viel. Aber bildet euch das Gegenteil nicht an. Das kommt nicht so gut beim Krankenhaus. Die sind sowieso schon überfüllt. Und da kommt ihr sowieso nicht sofort dran mit so einer großen Brandverletzung. Ja. Wie gesagt. Bei dort wird Abend schön rum. Feiert schön rein. Trinkt schön was. Mit eurer Familie oder Freunden. Wie ihr es immer mal mag. Ich werde Abend mit meiner Familie feiern. Mäh. Ja. Wo Martin ist, weiß ich auch nicht. Da war der ganze Tag noch nicht online. Und dann hoffe ich mal. Ihr rutscht gut rein. Habt einen schönen Abend. Und werdet im Jahr 2013 nicht enttäuscht. Also. Tschüss und auf Wiedersehen. Das war eure Killerkirche. Ihr könnt mich aber auch kommen, wenn ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Und. Ich hoffe, ihr werdet gut drauf sein. Und abend. Und nicht so. Silvester-Muffel sein. Und ja. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Und ja. Viel Spaß. Ciao.